Was war Franz Beckenbauer für dich als junger Mann, später als du bei Bayern warst? Was für eine Bedeutung hat er für dich und dein Leben? Er war ein großartiger Mensch. Bleib sitzen, Stefan. Ich verstehe das. Die Emotionalität ist bei so vielen, die ihn kannten, so groß. Ich habe neulich mal gesagt, das meine ich auch so, alle, die den Fußball geliebt haben, die haben zumindest ein Kloß im Hals gehabt, die Nachricht gehört haben. Alle, die ihn kannten, waren tief traurig und alle, die ihn eng kannten, waren am Boden zerstört und sind das vielleicht immer noch.